Also hallo, hier ist der Nomad, wir spielen heute wieder W.O.T. Wir spielen den Wild Park, ich fahre mit der Matilda. So, also ich habe wieder Premium Munition dabei. Aber das setze ich, also bei solchen Munition nicht ein. Setze ich eher bei so Hetzer und so, weil die haben eigentlich ziemlich gute Panzerung. Ja, gut. Pass doch auf. So, da ist unser Stützpunkt. Also ist wieder ein Standardgefecht mit wieder zwei Flocken, also zwei Basissen. Oder wir zerstören alle. Aber die Matilda, seht ihr selber, ist nicht so schnell. Ja. Fahre ich mal dahinter. So. Also da hinten stehen halt jetzt die meisten, weil das ist der Wall. Und da wird man schnell getötet. Hinten steht einer. Schauen wir mal. Dann kommen wir nicht hin. Ja, jetzt ist er tot. So, fangen wir mal da weiter. Da hinten steht schon wieder einer. Schauen wir mal. Schuss. Den haben wir getroffen. Jetzt war er dahinter. Wollen wir mal da weiter. So. Hier kann man auch schön auf die Basis, also mal auf unsere Basis schießen. Wenn welche angreifen. Da hinten stehen zur Weiche. Dann stehen wir jetzt hier. So, der Chart macht Premium. Wir haben die linke Kette verstört. So, ich weiß nicht, wo der Schuss hier kommt. So, ich weiß nicht, wo der Schuss ist, wo der Schuss ist, wo der Schuss ist. So, ich weiß nicht, wo der Schuss ist. So, der kann jetzt nach hinten schießen und da kommt er meistens nicht durch. So, ich weiß nicht, wo der Schuss ist, wo der Schuss ist. So, ich weiß nicht, wo der Schuss ist, wo der Schuss ist, wo der Schuss ist. So, ich weiß nicht, wo der Schuss ist, wo der Schuss ist, wo der Schuss ist. So, ich weiß nicht, wo der Schuss ist. So, ich weiß nicht, wo der Schuss ist, wo der Schuss ist. Ich muss mich entschuldigen, wenn man Schnaufe von mir gehört hat. Also wir haben über Links Überlegensabzeichen erhalten, 2. Klasse und Stahlwand. Ja und Entschuldigung, dass ich es unterbrochen habe, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und kommentieren und abonnieren, wenn du willst. Ja, da haben wir hoch und da haben wir runter. Servus.